So wirst du Kunden, potenzielle Auftraggeber von dir überzeugen. Die Rede ist von verkäuferischen Fähigkeiten. Die Rede ist von verkäuferischen Fähigkeiten. Sondern es geht heute um die etwas anderen verkäuferischen Fähigkeiten. Was ist gemeint? Zu allererst mal Fähigkeiten verkäuferischer Natur heißt, dass du exzellent bist in Kommunikation. Also je exzellenter deine Fähigkeit ist zu kommunizieren, umso eher wird ein Verkäufer merken, wen er vor sich sitzen hat. Je besser du in der Lage bist, auch auf die Vorwände und Einwände der Verkäufer oder auch Käufer einzugehen, ich meine nicht zu reagieren, sondern einzugehen, damit umzugehen, sie zu handhaben, umso kompetenter wirst du erscheinen. Hier ist das Wort Ruhe, Geduld, Relax, entspannt sein und sich nicht triggern zu lassen, weil auch das ist eine maximale verkäuferische Fähigkeit. Dieses Bombardement an Einwandbehandlung irgendwelcher gelernter Sprüche ist nicht das, worüber wir hier reden. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal die Situation, der Verkäufer sagt zum Beispiel, er möchte für seine Immobilie 750.000 Euro haben und du bist in der Lage in dem Moment eben nicht sozusagen Genickstarre oder Gesichtstarre zu bekommen, weil du im Prinzip schon siehst, oh, das wird niemals funktionieren, sondern du ganz in Ruhe fragen kannst, hey, lieber Verkäufer, das mag ja sein oder das ist in Ordnung. Erzählen Sie mal, wie sind Sie darauf gekommen? Wo haben Sie das her? Wer hat Ihnen die Informationen gegeben? Also du bist wirklich in der Lage und das ist ein Verkäufer-Skill, der so mächtig ist, indem du wirklich dir erstmal alle Informationen holst oder indem du, nehmen wir mal zum Beispiel eine Erbengemeinschaft, hatte ich heute in einem Live-Call. In der Erbengemeinschaft, da sitzen drei Leute, die Immobilie ist schon sechs Monate lang vermarktet worden. Ja, der Verkäufer, der mag schon am Boden liegen, der am Boden liegen und hilflos sein. Aber hier ist doch jetzt erstmal viel, viel wichtiger herauszufinden, was sind denn die Gründe gewesen? Warum wurde die Immobilie denn nicht konkret nicht vermarktet? Was glauben die Verkäufer? Was ist genau passiert? Was war genau der Grund? Ja, der Verkäufer wird im ersten Schritt wahrscheinlich sagen, ja, der Makler war schuld. Der Makler hat keine gute Arbeit gemacht. So, und jetzt ist auch mal die Frage zu stellen, hey, was hätten Sie denn anders machen können? Was war der Grund oder was glauben Sie, was hätten Sie tun können, damit die Immobilie verkauft worden wäre oder und so weiter? Was ich damit sagen will ist, nicht direkt zur Lösung überzugehen, sondern erst einmal wirklich so schlau zu agieren, dann, wer fragt, der führt, so schlau zu agieren, dass du genau herausfindest, was ist auf der anderen Seite wirklich los. Das ist ein Verkäufer-Skill, was Vertrauen aufbaut. Und ein weiterer, wirklicher, wirklicher krasser Skill ist, dass du in deine Gespräche, in deine Einkaufsgespräche Ergebnisse mit einbaust. Weil du musst dir Folgendes vorstellen. Ein Verkäufer, der weiß doch gar nicht genau, was ist deine Arbeit. Ein Verkäufer kennt auch gar nicht den Unterschied zwischen dir und einem anderen Makler. Was glaubst du denn, wie kommt das denn zustande, dass ein Makler genau den Wunschpreis eines Verkäufers, also dieses Verkäufers, der vor dir sitzt, sagt und er diesem Menschen, diesem Makler den Auftrag gibt. Warum ist das denn so? Genau, weil er ihm nach dem Schnabel redet. Aber der Verkäufer macht das nur, weil er gar keinen anderen Parameter, kein anderes Entscheidungskriterium kennt als das. Jetzt stell dir mal vor, du würdest dem Verkäufer die Frage stellen, lieber Verkäufer, was, glauben Sie, wird denn der andere Makler überhaupt tun, wenn er Ihnen sagt, das ist der Preis, also Ihr Wunschpreis ist verkaufbar. Was wird er konkret tun? Oder die Frage, wird er die Immobilie selbst kaufen zum Beispiel? Wird er wirklich die Immobilie zu diesem Preis kaufen? Fragen Sie doch mal, lieber Verkäufer, den Makler, ob er die Immobilie dazu kaufen wird. Also viele Verkäufer haben überhaupt keine Vorstellung davon, was du als Immobilienmakler eigentlich konkret bei ihm machst. Und jetzt siehst du eben diesen Skill. Du zeigst ihm genau das, was du tust. Und das zeigst du mit so einer hohen Kompetenz, indem du ihm einmal die Theorie, also die Grundregeln, die Grundgesetze im Immobilienverkauf erklärst. Und diese mit Beispielen von bereits verkauften Objekten. Und ich meine ganz konkrete Beispiele, die exakt auf sein Beispiel passen. Und wenn du nicht nur eine oder zwei Immobilien verkauft hast, dann solltest du in der Lage sein, innerhalb kurzer Zeit und zwar während des Gesprächs, ein Beispiel aufgrund von vergangenen Erfahrungen zusammenzubauen und bei deinem Verkäufer sauber und ordentlich zu positionieren. Und wenn du das dann noch, also wirklich die Macht der Testimonials, die Kraft der Kundenstimme, wenn du das jetzt noch mit einem Video oder mit einem wirklichen coolen Brief unterlegen kannst und diese gesamte Zeitachse vom ersten Gespräch bis hin zum Verkauf der Immobilie so anschaulich erklären kannst, dass der Verkäufer genau versteht, was du da gemacht hast. Wie zum Beispiel, hey, ich hatte kürzlich einen Verkäufer, der genau wie sie ungefähr 750.000 Euro haben wollte. Und dem habe ich Folgendes erklärt, nur mit einem kleinen, feinen Unterschied. Der war aber schon ein halbes Jahr in der Vermarktung, im Gegensatz zu Ihnen, der gerade anfangen will. Und in diesem halben Jahr ist er aber schon dreimal im Preis runtergegangen und so weiter und so fort. Also du musst ihm einfach wirklich ein cooles Beispiel liefern. Und hier sind wir wieder bei dem Thema, die Story an sich und ich meine die Wahrheit, nicht irgendeine zusammengebaute Lügenstory, sondern eine Story, die wirklich tatsächlich so stattgefunden hat. Und zwar exzellent auf das exakte Beispiel, was gerade bei deinem Kunden da gerade abgeht. Das wäre enorm smart, das wäre enorm schlau, weil so zeigst du dem Verkäufer zwei Dinge. Erstens, dass du kompetent bist. Zweitens, du zeigst ihm deine kommunikativen, also verkäuferischen Fähigkeiten. Und ich sage dir, was am Ende des Tages, am Ende dieses Gesprächs das Ergebnis sein wird. Der Verkäufer wird im Vergleich zu allen anderen eine Sache erkennen, nämlich, dass du verkaufen kannst und dass, wenn einer seine Immobilie verkaufen kann, dann bist du derjenige, der die verkaufen kann. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung.